Und jetzt haben wir die Hänge abends, noch den Kopf, rauf und abends. Jetzt sagen wir alle gleichzeitig, aha, ja. Ein bisschen hochschauen, so ein bisschen stolz. Tief einatmen und hängen hoch. Und wieder ganz ruhig. Jetzt sagen wir alle, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Achtung, weg den Korben. Halt ihn. Achtung. Das geht so schnell. Wir verlieren Kontrolle. Rundball. Wir putzen. Wir schliessen. Wir anmalen. Wer hat Lust auf das? Was? Gut. Gut. Es sind alles Paarchefen hier. Jetzt. Für die Küche. Mal schauen, ob es gut aussieht. Gar nicht. Was sieht hier nicht gut aus? Ja. Ja. Richtig. Das hast du genau richtig gesehen. Frau, müssen wir dir die Küche sagen. Ja. 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 F*** los! Also rein, komm was zusammenlegen, ist gut? Willst du mitkommen? Das ist nicht mein Shop. Wie? Das ist nicht mein Shop. Was möchtest du denn machen? Genau, in der Mitte vom Bier ist vieler alt. Vielleicht kannst du ja schauen, was die Kaila macht. Dann hast du vielleicht auch Lust drauf. Ah, genau. Äh, ja. Von der Mitte habe ich hier. Vielleicht passt ein bisschen mehr Platz für dich. Mhm. Ich habe das gerne gemacht. Gerne. Wir können das mit einmal machen. Diesen Zusammenlegen. Ich habe das gerne gemacht. War schöne Arbeit gewesen. Gerüstet. Ich habe gemerkt, es ist ein wenig streng. Ich bin ebeno gerne im Bad, aber draussen. Wo es nicht so streng ist? Ja, die Küche ist etwas von strengst. Das ist extra strengst. Ja, ja. Oh, wenn auch die Gäste da sind. Aber was würdest du dir gerne, also was fehlt dir jetzt noch? Was willst du noch unbedingt lernen jetzt in den nächsten Tagen? Cola. Was Cola? Du musst es aussenken. Bier zappen. Bier zappen. Also du willst wirklich Bar, oder? Ja. Wir werden euch etwa jedes Glas vorstellen, das es gibt. Mit den verschiedenen Getränken, die reinkommen. Das ist, glaube ich, das Glas, das man am häufigsten hier braucht. Was tun wir denn da rein? Wasser. Gocke. Genau. Jetzt kommen wir mal zum ersten alkoholischen Getränk. Jetzt kommen wir mal zum ersten alkoholischen Getränk. Und den jetzt so. Falsch? Oh. So. Tip top. Das ist mein Beruf. Hauswirtschaft. Feindigung. Tepik. Es ist ja täglich. Galfirinha. Galfirinha ist ja gebreit. Falsch? Ohh. Tepic. 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 Dann kann man die schön auswählen. Die Italiener ziehe ich dann ein bisschen. Ja, du musst auch nicht machen, dass Sachen geht. Mein Papa und ich und der Kai und das Tier, mein Kind, sind vielleicht etwas von ganzem Raum. Das reicht etwa so. Das ist gut. Noch ein bisschen drüber. Ein bisschen drauf. Ein bisschen viel. Das kann man noch ein bisschen verteilen. Du musst den Schienen fragen. Das ist ein bisschen drüber. Jetzt ist das Anspiel. Hopp, hopp! Hopp, hopp! Und jetzt auf das Goal! Oh, Prost! 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 Wäre das für ein Glück, dass sich die Michaela so ein bisschen bei dir so festhält, weil sie können so schlecht alleine stehen? Geht das? Das geht. Das ist gut. Das ist gut. Super. Wir müssen nur noch helfen, so dass sie dich nicht heisst. Okay. Gut. Also dann... Sehr gut! Kann ich die da halten? Ja, sicher. Ich kann es dir nicht gut halten. Nein, ich kann nicht gut halten. Aha, du kannst jetzt alleine stehen. Ja. Ja! Pritz! Gut! Kommst du mir das, Herr? Ja. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Styroporkuchen und Beinen und bei uns auch mal Krälen, also die Perlen. In ihnen arbeite ich am Irrsinn. Was hättet ihr gerne zu trinken? Ich nehme Espresso. Espresso? Schala. Schala. Die anderen nehmen nichts. Nachher haben wir einmal... Hähnenwasser. Hähnenwasser ist nebendran. Ja, fast. Für mich alleine, gell? Ja. Gut. Da war mit den anderen. Merci vielmals. Jetzt kannst du einfach da gerne weiterfahren, gell? Ja. Was ist denn das? Uwalt hier. Ja. Uwalt hier. Jetzt das Läser. Ja, ich kann den Böckchen rein. Ja. Wurde den Böckchen. Schönen Sie mal in die Andere? Zulich. Wurde die Meischung für die Birchchen. Jetzt kannst du die Beine boughten. Damit ihre Beine wissen. Nein. Das hält! Das hält nicht. Zulich. Es geht noch 6 Stunden, unser Kurs für die meisten und dann ist es schon wieder vorbei. Und jetzt steht noch das Grande Finale bevor. Das erste Mal in der Woche, in der das Restaurant richtig offen ist. Die »Ach, wir sind in der Schweiz.« »Das ist in der Schweiz, das ist in der Schweiz, in der Schweiz.« »Ach, ich bin in der Schweiz, ich bin in der Schweiz.« »Nä, ich bin in der Schweiz, ich bin in der Schweiz.« »Nicht kommen, nicht kommen!« »Ju, Jui, da, ist das!« »Ja, wunderbar!« »Merci viel, mal!« Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020